Musik Besuch in der Wilhelma in Stuttgart. Was für die einen ein reines Freizeitvergnügen ist, ist für die angehenden Feuerwehrmänner aus Heilbronn ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Denn nicht nur wenn es brennt, hilft die Feuerwehr. Die Tierretung ist eine Aufgabe der Feuerwehr, ist also eine Grundaufgabe. Und wir hatten dieses Jahr schon über 200 Tiere zum Einfangen. Wir hatten verschiedene Gartungen, da waren Schlangen dabei, das waren Enten, also alles mögliche, Hunde, Katzen. Und wenn exotische Tiere kommen, wollen wir vorbereitet sein. Deswegen müssen die Leute hier die Ausbildung machen oder dürfen die Ausbildung hier machen. Wir sind ganz glücklich darüber. Und dass wir wissen, wie man die Tiere einfasst, ohne sie zu verletzen. Zur Vorbereitung gehört auch eine kleine Einführung, mit welchem Gerät man welches Tier am besten einfängt. In der Wilhelma stehen dafür mehrere Kescher in verschiedenen Größen und Blasrohre, mit denen ein Tier notfalls betäubt werden kann, zur Verfügung. Nur das Gewehr bleibt im Schrank. Eine Grundregel schärft der Tierarzt den Feuerwehrmännern ein. Das Erste ist, dass man Respekt haben muss vor dem Tier. Man darf die Situation nicht unterschätzen, man darf keine Angst haben vor dem Tier. Man muss aber den nötigen Respekt zeigen und auch den nötigen Abstand wahren. Man muss erstmal die Situation klären, um was handelt es sich eigentlich. Und wenn man sich dann da sicher ist, dass man die Situation auch beherrscht, dann kann man auch eingreifen. Wenn man sich da unsicher ist, dann sollte man lieber die Experten noch mit dazu holen. An Anschauung und direkten Kontakt fehlt es nicht. Wer mag, kann sich eine Boa Constrictor um den Hals legen und lernen, wie man das Reptil richtig anfasst. Auch Tausendfüßler, Stabhäuschrecke, Skorpion und Vogelspinne können die jungen Männer in die Hand nehmen. Aber Schlangen geht. Von dem her, also so Angst gegenüber Tieren, gegenüber Tieren, habe ich eigentlich nicht. Außer bei so Giftschlangen, klar, das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber sonst. Müssen gefährliche Großtiere gerettet werden, fordert die Feuerwehr die Unterstützung vom Zoo an. Umgekehrt ist dies auch gelegentlich der Fall. Die Feuerwehren helfen uns ja auch, wenn wir sie brauchen und kommen hierher. Die haben Gerätschaften, die wir hier gar nicht vor Ort haben. Und im Gegenzug davon können wir uns dann gerne revanchieren. Sollte Elefantenkuh Zeller zum Beispiel mal aus einem Graben gehoben werden müssen, die Hilfe der Feuerwehr-Azubis wäre ihr sicher. Freundschaft haben sie mit der alten Dame bereits geschlossen. Sollte Erfantenkuh Zeller Blob Sollte Erfantenkuh zeller